Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Willkommen zu den News am Wochenende. Gestern habe ich die Power Notes in einem ganz kurzen, schnellen Clip vorgestellt, die jetzt schon bei 13,60 Euro liegen. Ich habe gestern, wo war es hier, irgendwo im 4, 5 Euro Bereich, 4,50 Euro, habe ich mir 10 Power Notes geholt und einen Power Note angelegt. Wer den Clip nicht gesehen hat, checkt das Ganze. Ihr seht ja, was hier los ist mit dem Preis. Ich hoffe, das geht so weiter nach oben und wir schauen uns nochmal den All Time Verlauf an. Ich hoffe, das geht zuerst wieder hier in die Richtung. Von mir aus kann es dann auch nochmal droppen. Und wenn wir irgendwann hier oben sind, dann freue ich mich natürlich, dass ich meinen Power Note angelegt habe. Wer den Clip nicht gesehen hat, wie gesagt, das ist der letzte Clip von gestern. Unbedingt checken. Aber machen wir jetzt weiter mit den News. Gleich zum Anfang, brandaktuelle News. Ich bin Speaker auf der Cryptopia 2022. Die findet statt vom 21.01. bis 23.01. Also nächste Woche geht es los und NFT Crypto Games. Hier bin ich zu sehen. Ich bin Speaker auf der Cryptopia 2022. Ich bin Play-to-Earn-Games-Experte. Richtig nice. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an Cryptopia. Die sind auf mich zugekommen. Hier seht ihr NFT, Crypto Games, YouTuber, Play-to-Earn-Games auf der Blockchain. Das ist mein Thema hier. Hier gibt es viele andere weitere interessante Themen. Viele Experten mit am Start. Ich freue mich auch auf die anderen Teilnehmer. Checkt unbedingt die Cryptopia 2022 aus. Ich verlinke euch das unterhalb des Videos in der Beschreibung. Tut mir einen Gefallen und geht einmal auf die Seite. Guckt euch das einmal an. Das wäre richtig nice. Ihr seht momentan hier, der Countdown läuft auch. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch hier weitere Kurse zu buchen. Also es gibt nicht nur dieses eine Wochenende. Und die Teilnahme ist wirklich komplett kostenlos. Deshalb guckt euch das unten an. Der Link ist in der Beschreibung. Zieht euch das rein. Guckt euch die Experten an. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaut auch gerne vorbei. Ich habe da meinen Livestream dann am Laufen. Ich bin am 21. mit dabei. Es gibt hier ein ganzes Programm. Wir schauen uns das Programm einmal an. Hier bin ich am Start. Moment, ich suche das hier raus. Genau, ihr seht hier die Zeile. 16 bis 17 Uhr am Samstag, den 22. Januar. Play-to-Earn-Games auf der Blockchain. NFT-Krypto Games als Cryptopia 2022. 22 Teilnehmer als Play-to-Earn-Games-Experte am Start. Ich bin total gehypt, so ein bisschen, wie ihr merkt. Also ich freue mich einfach daran, teilnehmen zu können. Und wie gesagt, hier nochmal. Ihr habt mich ja auch noch nie gesehen. Also ich werde vermutlich auch in Zukunft dann öfters mal die Kamera einschalten, dass ihr auch hier mehr noch von mir seht. Und einfach, dass wir besser interagieren können. Ich habe sowieso vor, den Channel weiter aufzubauen. Mein Paket hat eigentlich einen Wert von 1.000 Euro. Also ich werde hinterher noch Umsetzungskurse machen. Das heißt, ich bin auch hinterher dabei und mache Play-to-Earn-Games-Kurse für die Cryptopia. Ich habe da drei Termine noch. Also nach dem Speaker-Termin noch drei weitere Termine. Kann ich euch dann auch nochmal erzählen. Und zieht es euch rein. NFT-Krypto-Gamer steht hier jetzt. Games eigentlich. NFTs und Play-to-Earn-Games auf der Blockchain. Mein Thema, wie gesagt, unterhalb der Beschreibung verlinkt. Tut mir einen Gefallen, Leute. Klickt auf Like und checkt den Link in der Beschreibung. Schaut mal hier vorbei. Es gibt viele interessante Themen. Ihr könnt dann natürlich auch hier einfach den Terminkalender für euch nochmal durchchecken. Weil, wie gesagt, es ist alles kostenlos. Für Einsteiger auch sehr geeignet. Da lernt ihr nochmal wirklich viele, viele Grundlagen. Es gibt viele interessante Themen. Zieht euch den ganzen Plan einfach selber rein. Wie gesagt, ich freue mich. NFT-Krypto-Games am Start auf der Kryptopia 2022. Weitere News zum Police und Thief Game. Einige haben wahrscheinlich den ersten Clip zum Game hier im Channel gesehen. Wer den verpasst hat, sollte den unbedingt noch schauen. Ich bringe euch hier einfach kurz das Update dazu. Ich bin hier nicht mit der Wallet connected. Der Mint ist vorbei, aber ich kann das einfach noch kurz nachholen. Ihr wisst ja, das Ganze läuft im Avalanche Network auf der AWACS oder AVAX oder wie auch immer man das sprechen will, auf der AWACS Blockchain. Ich switche deshalb in dieses Network. Jetzt bin ich hier am Start mit meiner Wallet und ihr seht hier, die Generation Zero und auch alle anderen Generationen sind gemintet. Und wer auch eingestiegen ist, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Also ich gehe jetzt hier nochmal in das Staking, weil also das Loot hat aufgehört hier. Das Loot-Minting quasi, weil der Supply war einfach erschöpft. Also die maximale Menge war erreicht. Aber das war klar, also das haben die Devs kommuniziert. Das war absolut klar. Deshalb keine Überraschung. Hier, ich habe die auch noch gestaked gelassen, weil das Besondere ist, es wird eine Phase 2 geben. Also das Police and Thief Game wird in Phase 2 gehen. Und es wird ein Play-to-Earn-Game geben. Es kommt jetzt am Wochenende noch weitere Informationen dazu raus. Die Devs publishen nochmal neues White Paper und machen einiges jetzt am Wochenende. Also die arbeiten jetzt gerade dran, wie verrückt und das Game geht weiter. Also seid nicht enttäuscht, wenn das Loot-Minting aufgehört hat. Das Game geht weiter. Und was nämlich auch noch passiert ist in den News. Deutschland gibt Geld für Videospiel mit NFTs aus. Also es ist echt tatsächlich so. Rheinland-Pfalz gehört zu den Bundesländern, die Games jetzt fördern über einen Fördertopf. Die Landesregierung fördert ein Blockchain-Spiel. Das ist richtig krass. Also das ganze Ding soll hier Evolution Against Humanity heißen. Und das ist ein Krypto-Horror-NFT-Spiel. Und ja, wir checken das Ding kurz hier. Die Medienförderung des Landes Rheinland-Pfalz gibt erste Förderentscheidungen bekannt, nachdem es eine Weile gedauert hat, bis sich die Koalitionsregierung unter der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu einem Förderpaket hat entschließen können. Nun aber stehen 380.000 Euro zur Verfügung über weitere Fördermittel über den aktuellen Zeitraum hinaus, der bis zum 30. April 2022 angesetzt ist, muss noch entschieden werden. Also das heißt, es kann sogar noch mehr Geld geben als nur diese 380.000. Und das ist wirklich so gesehen, der deutsche Staat, ein Bundesland, das investiert in ein NFT-Game. Also ihr seht, das ganze Thema durchdringt weiter. Die Gesellschaft geht weiter in den Mainstream. Und deshalb eigentlich steht eine große Zukunft bevor, dem ganzen NFT-Krypto-Gaming-Bereich. Deshalb Leute, vergesst nicht zu abonnieren und auch mal zwischendrin zu liken, Leute. Und was nämlich auch noch passiert ist in den News. Deutschland gibt Geld für Videospiel mit NFTs aus. Also es ist echt tatsächlich so. Rheinland-Pfalz gehört zu den Bundesländern, die Games jetzt fördern über einen Fördertopf. Die Landesregierung fördert ein Blockchain-Spiel. Das ist richtig krass. Also das ganze Ding soll hier Evolution Against Humanity heißen. Und das ist ein Krypto-Horror-NFT-Spiel. Und ja, wir checken das Ding kurz hier. Die Medienförderung des Landes Rheinland-Pfalz gibt erste Förderentscheidungen bekannt, nachdem es eine Weile gedauert hat, bis sich die Koalitionsregierung unter der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu einem Förderpaket hat entschließen können. Nun aber stehen 380.000 Euro zur Verfügung. Über weitere Fördermittel über den aktuellen Zeitraum hinaus, der bis zum 30. April 2022 angesetzt ist, muss noch entschieden werden. Also das heißt, es kann sogar noch mehr Geld geben als nur diese 380.000. Und das ist wirklich, so gesehen, der deutsche Staat, ein Bundesland, das investiert in ein NFT-Game. Also ihr seht, das ganze Thema durchdringt weiter. Die Gesellschaft geht weiter in den Mainstream. Und deshalb, eigentlich steht eine große Zukunft bevor, dem ganzen NFT-Krypto-Gaming-Bereich. Deshalb, Leute, vergesst nicht zu abonnieren und auch mal zwischendrin zu liken, Leute. Viel zu wenig Likes und auch kaum Kommentare, Leute. Droppt mehr Kommentare, obwohl ich freue mich natürlich immer. Es gibt schon einige. Also ich freue mich immer wirklich, wenn ihr, wenn ihr hier das ganze Ding auch am Leben mit mir gemeinsam erhaltet. So, also haben wir gesehen jetzt hier 380.000 Fördermittel. Das ganze Ding, ähm, ja, geht hier noch ins Detail, aber ich glaube, die News reichen jetzt erstmal. Also, außerdem bin ich gerade dabei, hier bei League of Kingdoms mir mein Königreich aufzubauen. Das ganze ist free-to-play, aber man kann auch pay-to-play sich hier quasi schneller hochleveln. Ihr seht hier mein ganzes Königreich. Ich bin dabei, so meine einzelnen Gebäude zu erstellen, meine Armeen aufzubauen. Und ich habe auch noch gar nicht wirklich Zeit gehabt, so richtig tief einzusteigen in die ganze White Paper Thematik. Das mache ich noch, aber es läuft auf Binance, soll jetzt ein IDO kommen und ich habe, ja, schon an mehreren Stellen einfach davon gelesen. Und das Game, das gibt es aber schon eine ganze Weile. Also das ist wirklich schon eine ganze Weile am Start. Es gibt auch auf OpenSea einen Marktplatz. Da wird Land verkauft, da wird echt einiges verkauft. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Das ist mein Königreich, seht ihr hier, mein Account. Und hier, man kann, ihr seht hier auch NFT, Land kaufen. Man kann Land kaufen, da wird auch passives Einkommen, wird sogar der DAI Stablecoin generiert hier. Also total krass. Dann gibt es die einzelnen Ressourcen, also Nahrung, Holz, Stein und Gold. Und ihr seht, die lassen sich dann wahrscheinlich auch umwandeln in Stablecoin, wenn das wirklich so an den Start kommt. Und ihr seht, hier oben habe ich die Ressourcen. Wie die ganzen Trading Rates dann sein werden, bin ich auch total gespannt. Also wie gesagt, mir fehlt eigentlich selber noch total viel Information. Wenn das Ding nice wird und wenn es hier weitergeht, dann bringe ich dazu auch noch einen extra Clip. Mache ich ein ganzes Video drüber. Ich zeige euch hier ganz kurz so ein bisschen. Wer will, kann auch schon einsteigen. Leagueofkingdoms.com ist die Domain. Play.leagueofkingdoms.com Darüber könnt ihr spielen. Ich verlinke euch das alles unten. So könnt ihr ins Game einsteigen. Und ihr seht, hier momentan wird hier meine Burg abgelevelt. Also man kann hier quasi dann einfach upleveln. Man kann jetzt sogar hier die Bauzeit kann ich beschleunigen. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Ihr seht, das Ganze dauert hier eigentlich noch zwei Stunden. Und ich habe hier einige Beschleunigungselemente. So, hier um eine Stunde. Ich verwende das jetzt mal. Halt, das war ein Moment mal, Moment. Das waren jetzt fünf Minuten, was jetzt hier passiert. Ah, okay, okay. Da war, ich weiß nicht, es war irgendein Anzeigenfehler oder ich habe gerade nicht richtig geguckt. Aber irgendwas, okay. Okay, also fünf Minuten, davon habe ich 17. 30 Minuten, ich verwende das so. Okay, hat funktioniert. Oder wahrscheinlich wurde es angewendet. Ich glaube, ich habe hier oben gerade eben nicht richtig geguckt. Wahrscheinlich waren es drei Stunden. Ich bin schon, ich bin schon zu lange hier vor diesem Bildschirm. Aber okay, also es geht mal weiter hier. Davon habe ich 17. Ich pushe das jetzt nämlich mal komplett runter. So, und jetzt seht ihr, jetzt könnte ich hier zum Beispiel wieder was einkaufen. Man bekommt ständig hier Angebote in dem Game, dass man auch was einkaufen kann. Das Krasse ist, es hat auch relativ schnell über PayPal funktioniert. Ich habe mir mal für 99 Cent so ein Einstiegsangebot geholt. Da hat man hier oben so ein paar Diamanten bekommen. Damit kann man dann mehr Ressourcen und auch andere so VIP-Points kaufen. Und es gibt hier einen Login-Bonus momentan, wenn man sich jeden Tag einloggt. Das ganze Game ist eigentlich sehr, sehr, sehr komplex. Ich gehe es mal kurz mit euch durch. Hier unten werden Ressourcen momentan abgebaut. Es gibt hier Farmen. Hier habe ich zwei Farmen am Start. Und die produzieren die Nahrung. Dann habe ich hier Holzfällereien. Die machen mir eben Holz. Die produzieren Holz. Dann habe ich die Steinbrüche, habe ich mehrere. Die produzieren Steine. Oder es wird eben Stein abgebaut. Und dann in den Goldminen, Moment, wo sind die Goldminen? Hier. Da wird eben Gold abgebaut. So. Und dann kann ich meine Gebäude auch hier hochleveln. Ihr seht, ich kann hier bauen. Die Farmen, ich könnte die auch wieder abreißen. Ah, hier jetzt. Mir ist neues Land gerade frei geworden, weil meine Burg fertig ist. Deswegen lege ich mir jetzt hier direkt einen Steinbruch an. Den baue ich hier. Ich lege mir noch einen zweiten Steinbruch an, weil ich habe immer Mangel an Ressourcen. So. Zweiter Steinbruch. Und dann lege ich mir noch eine Goldmine an, weil ich brauche echt, ich brauche Ressourcen einfach. Ich brauche Ressourcen. Und ihr seht, jetzt werden die gebaut. Und hier kann ich auch zum Beispiel einmal einen Steinbruch upleveln. So. Der wird jetzt auch hochgelevelt. Und ich kann mal schauen. Hier die Goldmine. Die kann ich. Okay. Gerade kein Slot frei zum Weiterbauen. Und hier läuft momentan die Schatzkammer. Und so werden jetzt gerade die Gebäude abgegradet. Hier unten gibt es die Kaserne. Da kann man Soldaten, Infanterie, Bogenschützen, Kavallerie ausbauen. Und ja, so wird hier einfach gerade alles abgelevelt. Und die muss man erstmal trainieren. Die ganzen Soldiers quasi. So 20.000 fehlen. Okay, ich hole mir 100.000. So, Training. Also das kostet alles nichts hier. Wenn ich sage, ich hole mir 100.000, das ist alles hier, was ich ingame mache. Weil man bekommt hier durch die Quests, die man hier jeden Tag macht, bekommt man auch Ressourcen. Es ist halt viel Klickerei so momentan. Und irgendwann, dann geht es aber ins Feld und dann findet ein Fight statt. Also da wird echt, da wird noch einiges, da wird noch einiges kommen. Hier, ihr seht, da sind schon momentan so ein paar hier auf dem Weg. Aber das sieht jetzt nicht nach Fight aus. Aber ihr seht, hier sind die ganzen User. Es gibt ganz viel Land. Es gibt ganz viele Königreiche. Und später geht es, ja, auch um, ja, um das Fighten eben. Also um mit den ganzen Truppen, ja, sich zu bekriegen und die Ressourcen zu klauen. Und ja, das Ding wird, wird, glaube ich, schon noch sehr interessant. Deshalb bin ich jetzt hier auch am Start. Genau. Aber das reicht erst mal. Ihr seht hier die Leute, die, vielleicht wird es hier sogar schon ein Fight. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen, was hier, was hier jetzt passiert. Ja, ihr seht, hier findet momentan, findet ein Fight statt. Gut, dass wir dabei sind. Und, okay, jetzt weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die jetzt was, hier Ressourcen mitgenommen. Oder irgendwie läuft halt ein Königreich-Kampf. Ich bin auch schon einer Allianz beigetreten. Wie gesagt, ich muss ja noch ein bisschen White Paper Recherche machen. Aber es schadet halt nicht, weil dieses ganze Königreich hochleveln, das dauert teilweise. Ihr seht, wenn ich jetzt meine Burg hier upleveln möchte, das nächste Upgrade dauert sechs Stunden. Am Anfang dauert das alles nur zehn Sekunden, eine Minute. Aber irgendwann kommt man auf so ein Level an. Wie gesagt, ich bin jetzt nach zwei, drei Tagen, bin ich, oder ja, am zweiten Tag bin ich heute schon ein Upgrade, sechs Stunden. Also das ist schon ganz schön heftig. Hier die Forschungsstation, da kann ich forschen. Genau. Aber okay, das reicht fürs Erste, Leute. Habt ihr auch gesehen, League of Kingdoms. Außerdem gibt es neue Visuals von Eluvium. Richtig nice. Schaut euch das Ganze mal an. Da unten sehen wir Eluvials Kuka, ein Empath. Rumpy. Also es sind echt nice Grafiken. Ich hab die Tage Nutzer gesehen, der hat sich beschwert, dass Eluvium billig aussehen wird. Aber Leute, das Ding sieht richtig nice aus. Das war einer im Discord. Aber schaut euch das Ganze an. Ich find das richtig nice aus der Battle Arena, der Auto-Battler. Aber Leute, richtig nice. Zieht euch die Grafiken rein. Also ich find das Hammer für ein Blockchain-Game. Das ist für mich die Evolution. Und da steckt so viel Arbeit drin. Und das ganze Ding, das wird so nice. Also für mich ist das wirklich, das ist das Triple-A-Game. Das ist für mich momentan ganz, ganz weit vorne mit dabei. Natürlich geht das rasant, was da draußen auf dem Markt entwickelt wird. Und es kommen so viele andere wirklich krasse Dinge. Aber ich bin bei Eluvium echt von dem Titel überzeugt. Also was ich da so verfolgt hab und ich rüchte es einfach an. Ja, echt Hammer, Hammer, Hammer. Und noch ein kurzes Update zu den Genopads oder Genopads. Ich weiß eigentlich noch nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Aber ich glaub, Genopads wäre für mich richtig, so vom Englischen her. Ist ja auch egal. Es gibt hier News. Und zwar nächste Woche geht die Beta-Phase los. Nächste Woche am 20. Januar startet die Beta-Phase. Man konnte sich dafür qualifizieren, wenn man ein ganz hilfreicher Member im Discord-Channel ist. Ich hab für solche Sachen keine Zeit. Die zweite Option ist, dass man Geno-Tokens staked. Ich hab davon momentan einige gestaked. Wir schauen mal genau. Hier ist der Genopad-Token auf CoinMarketCap. Der liegt bei 9,56 Euro, 9,55 Euro momentan. Hier mal so im All-Time-Verlauf. Da ging auch schon mal echt einiges. Und ich lass mich jetzt überraschen, wie viele man staken muss, damit man dann an der Beta teilnehmen kann. Das wird im Discord-Server bekannt gegeben. Und nächste Woche geht's los. Und ich bin gespannt auf die Informationen. Und das Ding läuft ja dann auch wirklich so. Ihr seht es hier. Mir gefällt dieses Genopad-Ding, weil das ist ja, das ist Move to Earn. The world's first move to earn NFT-Game. Und es gibt Incentives für einen aktiven Lifestyle. Also ihr könnt euer Genopad, das wird quasi hochgelevelt und trainiert durch eure Aktivität im echten Leben. Und die wird mit einem Fitbit, also mit den Variables, mit den Armbändern, da wird quasi getrackt, was für Bewegungen und so weiter man macht, wie fit man einfach ist. Und genau so entwickelt sich dann auch dieses Genopad, das wir hier nochmal sehen, in so einer ganz, ja, in einem Entwicklungsstadium hier. Und das wird dann alles auch später noch ausgebaut. Es gibt dann weitere NFTs, womit man dann auch noch mehr, also womit man verdienen kann. Das sind Habitats, die dann kommen oder Habitats, die kommen auch noch. Das ist wie das Land für die NFTs und man kann dann nachher auch mit den Figuren, mit den Genopads hier, das hier sieht schon mal sehr hochgelevelt aus. Das hier sieht noch so ein bisschen so babyhaft aus, kann man dann auch fighten. Also das wird dann ein Battle und man levelt aber natürlich am Anfang erstmal hoch, man erzeugt auch Ressourcen und so weiter. Und es geht auch um den Token dann, um Play to Earn. Es geht auch noch um andere Ingame-Ressourcen, die man wahrscheinlich dann wieder in diesen Token umtauschen kann. Das werde ich auch alles für euch herausfinden. Ich hoffe, dass ich es schaffe, genug Genopads oder Gene-Tokens zu staken, damit ich dann teilnehmen kann an der Beta-Phase. Weil dann könnte ich auch schon vorab von dem Game natürlich berichten. Das wäre mein Ziel. Ich hoffe, dass das klappt. Genau. Wenn es nicht klappt, dann steige ich später ganz normal ein. Also es ist echt immer eine Riesensache, wie man da einsteigen kann. Also es ist halt nicht immer gesagt, dass jeder reinkommt. Es ist echt momentan so, in vielen Games, die total gehypt sind, da will jeder rein. Und auch beim Monkey-Sale habt ihr das vielleicht mitbekommen, war es total schwierig, so einen Monkey zu bekommen. Beim Monkey-Ball-Game habe ich auch Clips dazu in meinem Channel. Aber jetzt ging es ja hier um die Genopads. Und wie gesagt, nächste Woche am 20. Januar startet die Beta. Und das Game kommt dann, ich vermute, im April oder Mai soll es dann offiziell losgehen. So lange soll die Beta-Phase gehen und dann geht es offiziell für alle los im April oder Mai 2022. Außerdem gibt es neue Visuals von Eluvium. Richtig nice. Schaut euch das Ganze mal an. Da unten sehen wir Eluvials Kuka, ein Empath. Rumpy. Also es sind echt nice Grafiken. Ich habe die Tage einen Nutzer gesehen, der hat sich beschwert, dass Eluvium billig aussehen wird. Aber Leute, das Ding sieht richtig nice aus. Das war einer im Discord. Aber schaut euch das Ganze an. Ich finde es richtig nice aus. Der Battle-Arena, der Auto-Battler. Aber Leute, richtig nice. Zieht euch die Grafiken rein. Also ich finde das Hammer für ein Blockchain-Game. Das ist für mich die Evolution. Und da steckt so viel Arbeit drin. Und das ganze Ding, das wird so nice. Also für mich ist das wirklich, das ist das Triple-A-Game. Das ist für mich momentan ganz, ganz weit vorne mit dabei. Natürlich geht es rasant, was da draußen auf dem Markt entwickelt wird. Und es kommen so viele andere wirklich krasse Dinge. Aber ich bin bei Eluvium echt von dem Titel überzeugt. Also was ich da so verfolgt habe, dann füge ich das einfach an. Ja, echt Hammer, Hammer, Hammer. So, und außerdem ist die BUSD-Farm auch in der Version 2 am Start. Die Evolution geht weiter. Die BUSD-Farm hat teilweise einen schlechten Ruf. Deshalb gehe ich auch nur ganz kurz hier darauf ein. Ich probiere es einfach aus. Ich habe mit 48 BUSD hier mein Investment am Laufen. APR 1825 Prozent. Ihr habt ja nach solchen verrückten Sachen gefragt. Deshalb, ich probiere das aus. Ihr wisst ja, ich mache jetzt hier auch die verrückten Selbstexperimente. Und ballere einfach diese High-APR-Anwendungen voll mit meinen BUSDs. Und hoffe dann, dass sich das Ganze vervielfacht. Okay, aber Leute, absolut High-Risk, wie gesagt, nicht zu empfehlen. Das ist alles nur zum selben Mitmachen. Der Kurs hier von, also es geht um den BFARM-Token. Wenn man investiert, dann mintet man den BFARM-Token, den man dann, also 5 Prozent vom Investment bekommt man in BFARM ausgezahlt. Der BFARM hat aber noch einen schlechten Kurs. Den kann man dann weiter noch staken für weitere 5 Prozent. Dann kann man ihn letztendlich verkaufen, aber es können nur insgesamt 10.000 am Tag verkauft werden. Also das soll auch ein bisschen diese Kursstabilität vor allem das Ganze sichern, dass es nicht irgendwann einfach so einbricht und einfach länger läuft. Weil die BUSD-FARM-Version 1, die ging nicht lange genug. Und viele, die halt spät eingestiegen sind, die haben dann einfach ihr Investment nicht mehr rausholen können. Das ist genau das Ding. Aber wenn man noch früh einsteigt, dann hat man da eigentlich auch Chancen. Aber nur, wenn genug Player nachkommen. Ich bin gestern, ich bin eingestiegen. Ich war vielleicht der 100, weiß ich nicht, 15. oder so. Also viele Player sind nach mir auch noch nicht reingekommen. Und wie gesagt, das ist ein Fork, also ein Copy-Ding von der BUSD-Machine, die es da draußen auch gibt. Eigentlich wollte ich zu solchen Ponzi-Style-Projekten eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich wollte euch nur sagen, dass ich es hier auch als Selbstexperiment mache. Ich poste euch das auch als Link unten rein, auch meinen Referral-Link. Wer es ausprobieren möchte, kann es gerne machen, aber no financial advice. Euer eigenes Risiko, eure eigene Entscheidung. Und außerdem möchte ich euch noch ganz kurz ein sehr interessantes Projekt vorstellen, das ich entdeckt habe. Das ist The Portals, also die Portale auf Deutsch. Portals.to ist die Website. Also ThePortals.to ist die Website. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Finde ich total interessant, weil das sieht so ein bisschen aus. Ihr seht hier die Optik, wie das Game aussieht. Und es ist so ein Room-Builder und es erinnert mich irgendwie an Sandbox, die Figuren. Hier seht ihr mal so einen fertig gebildeten Room. Es gibt dann eine Key-Hand, die man mitmachen kann. Und hier kann man auch in die Demo gehen. Es gibt scheinbar ein Marketplace. Wir schauen uns den mal an. Das Projekt habe ich ganz neu entdeckt. Und ich zeige euch das natürlich direkt hier am Anfang. Wir haben hier meine, also es läuft auf der Solana-Blockchain. Dazu braucht man die Phantom-Wallet. Gibt es auch als Browser-Extension für verschiedene Browser. Da müsst ihr euch auch einfach nur eine Seed-Phrase anlegen. Genauso wie bei der Metamask. Das gleiche Prinzip. Man braucht halt SOL auch für die Gas-Fees. Und hier sehen wir also die einzelnen Portals, die man kaufen kann, sind schon relativ teuer. Also das Günstigste liegt hier bei 55 SOL, 67 SOL. Wer den SOL-Kurs kennt, der weiß, dass das eine ganze Stange Geld ist, die hier verlangt wird. Floor-Price ist auch 55 SOL. Und ich konnte noch gar keinen so richtigen Deep-Dive-Ins-Projekt machen. Ich beobachte das also seit knapp zehn Tagen und habe das hier in meinem Browser. Aber ich habe so viele andere Projekte auch in meinem Browser offen. Und ich komme teilweise einfach gar nicht hinterher, Leute. Jeden Tag droppen 24 neue Projekte. Und ja, gefühlt eher tausend. Und ich kann, ich schaffe es aber vielleicht ein oder zwei zu analysieren, maximal am Tag. Und ich muss ja auch mein ganzes laufendes Gaming alles betreuen. Also viel, viel Aufwand überall. Die ganzen Krypto-Accounts und Absicherungen. Und ja, ihr wisst Bescheid. Also Portals, die Access-Cards sind sold out. Aber das Game, das ist relativ neu. Das ist wirklich noch ganz am Anfang. Und deshalb stelle ich euch das Ganze vor. Das ist so ein Drag-and-Drop-Room-Builder. Wir gehen gleich auch in die Demo rein. Wie gesagt, dann könnt ihr mit der Phantom Wallet über die Solana-Blockchain euch connecten, NFTs erstellen und dann so gesehen an einem Game teilnehmen. Und man kann auch, wie ihr das hier seht, man kann dann weitere interaktive Elemente in einem Raum platzieren. Zum Beispiel hier wird so ein klassischer Arcade, so ein Arcade-Automat platziert. Hier, ihr seht es, ihr kennt es so von Flipper-Style oder von vielen anderen Games. Und hier haben wir ja Pac-Man dann am Laufen. Und dann lässt sich wirklich innerhalb dieses Raums, wenn ihr hier connected seid mit der Portal und mit eurer Figur euch da bewegt, dann könnt ihr tatsächlich an diesen Arcade-Automaten gehen und Pac-Man gamen. Und andere Personen aus diesem Metaverse können auch in euren Raum kommen, mit euch kommunizieren und mit euch gamen an dem Automaten. Und ja, das ist total krass eigentlich. Und wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Ich finde vor allem diese ganzen, die Grafiken, also ich finde die nice gemacht hier. Auch so von der Farbgebung her alles total interessant. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir entern die Demo, also Portals, wie gesagt, und schauen uns mal ganz kurz an, was sich hier so machen lässt. Und ich verlinke euch das, damit ihr euch auch einfach damit auseinandersetzen könnt. Ich habe noch nicht mal herausgefunden, ob es dazu ein Coin, noch was weiteres geben wird. Oder wie hier der Play-to-Earn-Mechanismus, die Mechanik sein wird, ob wir dann NFTs verkaufen können für SOL. Also wenn es diesen Marketplace gibt, das haben wir ja schon gesehen. Ich weiß nicht, muss ich mein Zimmer bauen und wenn das fertig ist, kann ich das für ein paar SOL auf den Marketplace droppen? Keine Ahnung, das versuche ich dann herauszufinden. Ihr könnt auch gerne mit herausfinden, wenn ihr was herausgefunden habt, schreibt es in die Kommentare. Oder vielleicht ist ja einer von euch schon in dem Game drin. Dann natürlich umso interessanter. Also man kann sich hier dann, ich mache jetzt mal hier meinen NFT-Crypto-Games-Character. NFT-Crypto-Games machen wir mal, ich weiß gar nicht, so ein bisschen, eigentlich ich habe, ja. Meine Haarfarbe ist nicht braun, es ist eher so, es geht ins Rötliche rein, kann man sagen. Aber ich checke jetzt mal hier, was es für einen Hairstyle gibt. Okay, also das passt. Skin Color, die machen mich eigentlich ein bisschen heller so. Body, also weil ich halt tatsächlich so etwas heller bin einfach. Und dann Buddy, von mir aus, was können wir machen? Nee, ich will was. Das sieht ja alles so weiblich aus. What the fuck, man? Nee, Business-Typ will ich auch nicht sein. Dann lasse ich es einfach hier normal. Alles klar. Enter. Ich enter das Portal. Ein Player ist jetzt hier connected. Und ihr seht, ich bin hier in einem leeren Raum angekommen. Also funktioniert über die WASD-Steuerung. Und mit der Maus kann ich dann was machen. Wie gesagt, das ist jetzt hier mein leeres Portal, Metaverse, mein Room. Und hier mit dem Einstellungsrad kann ich meinen Space editen. Und ich kann mir jetzt hier, ich hänge... Not available in the Demo. Okay. Okay, das sind jetzt, ihr seht, ETH-NFT, Solana-NFTs. Man kann hier tatsächlich echte NFTs dann in seinem Portal, in seinem Room platzieren. Die anderen Gegenstände sind scheinbar keine NFTs. Ich setze das Ding jetzt einfach mal, ich laufe mal hier rüber und setze mir mal so ein... Das ist ja so ein klassisches Ikea-Regal quasi. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, logisch. Setze ich einfach mal hier an die Wand. So, zack, jetzt habe ich hier meinen ersten Gegenstand. Ich setze mal noch irgendwo einen Stuhl hin. Hier. Dann, was haben wir denn hier? Ist das eine Kaffeemaschine? Ich platziere die Kaffeemaschine. Kann ich die auf dem Stuhl platzieren? Weil, ähm... Ne, das geht nicht richtig. Sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Ich weiß nicht mal, ob es tatsächlich eine ist. Also, ich habe noch nicht so viel. Deshalb steht die Kaffeemaschine bei mir auf dem Boden. Davor den Stuhl. Dann kann ich hier meinen Kaffee trinken. Ähm... Genau, weil ich investiere ja alles in Kryptos und nicht in Gegenstände in meinem Room. Deshalb habe ich noch gar nichts. So, klar, ich stelle mir noch was ins Regal. Ähm... So, also Leute, ihr seht, es ist wirklich hier ein Room Builder. Ihr könnt dann hier checken. Man kann so viele Dinge hier... Da habe ich gerade einen Joystick gesehen. Den brauchen wir natürlich hier als Gamer, als NFT-Crypto-Gamer. Brauche ich hier halt... Ähm... Ich will mal einen Joystick. So. Ah, das ist ein bisschen schwierig von der Usability her, weil ich wähle jedes Mal mein Regal jetzt aus. Ich brauche aber einen Joystick. Dann steht er jetzt da auf dem Boden. Ihr seht ihn, da ist mein Joystick jetzt am Start. Genau, also da kann man die dann scheinbar auch wieder wegbewegen. Und ihr seht hier, was es alles für Gegenstände gibt. Natürlich wollen wir noch ein bisschen Sound. Ein bisschen Krypto-Sound aus dem Ghetto-Blaster. Ähm... Ein Gameboy passt ja auch hier zum Gaming. Und bei mir liegt alles auf dem Boden. Ich habe zwar ein Regal, da noch einen Controller, aber ich lege trotzdem alles auf den Boden. Genau. Also Leute, das war's. Ihr habt's gesehen. So funktioniert hier The Portal. Und es gibt noch einiges darüber herauszufinden. Und ihr könnt gemeinsam mit mir auch herausfinden. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Und ich mache auch wieder Deep-Dive-Projekte. Es kommen auch wieder andere Clips, wo ich die Games richtig durchanalysiere. Das war jetzt einfach, um euch zu informieren, Leute. Einfach als Benefit für euch. Genau. Okay, Leute. So im Nachgang noch ganz kurz. Ich habe nämlich das White Paper noch gefunden. Also das ist ein Medium.com-Artikel. Und das ist ja der Guide zu den Portals. Den verlinke ich euch auch noch unten. Und ihr seht, der ist relativ, ja, relativ aktuell von 25. November. Also noch nicht so alt. Und hier ist wirklich nochmal alles beschrieben. The Vision, die Roadmap. Was alles passiert hier in Phase 1. Was alles auch schon abgehakt ist. Seht ihr hier mit Done, Done, Done. Die ganzen Schritte. Und wir schauen mal, wo wir jetzt sind. Hier in Phase 2. NFT-Launch-Phase. November bis Dezember. Hier sind schon Done, Done's drin. Und dann kommt Room Ownership Permission. More NFT Integrations. Also wir befinden uns hier auch noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Hier gibt es dann auch nochmal The Bigger Picture. Here are two videos for more information on The Bigger Picture and Future of Portals. Da lässt sich bestimmt auch herausfinden, wie das Play-to-Earn-Konzept hier ist. Wie gesagt, das werde ich jetzt auch gleich machen. Hier steht auch was über die Tokenomics und das White Paper. Also heißt es, es wird was geben. Wir checken das mal ganz kurz. Ich überfliege das mal. NFT Sale of Spaces. Building out the Downtown and the Community. Portals, NFT Holders will benefit from any future Token or Land Plot Sales. Also seht ihr, das ist jetzt der Benefit, wenn man hier in dem Portal Game ein NFT Holder ist. Future Token oder Land Plot Sales. Dann kann man daran teilnehmen. Aber natürlich, was dabei rumkommen kann, kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen. Es gibt gerade ganz wenig Informationen über die Tokens, über die Land Plots und was man dann damit verdienen kann. I don't know. Aber wenn ich jetzt gerade dabei bin, also wie gesagt, verlinke ich euch alles unten und wo ich gerade dabei bin, über Land Plots zu reden. Ihr kennt bestimmt alle Polka City und Polka City hatte nämlich jetzt auch Land Plots im Sale. Ich bin ja schon ganz lange in Polka City drin und Polka City ist wirklich richtig, richtig nice. Also das ist so ein bisschen auch GTA-Style. Ich habe ein Moto Bike. Ich habe, wir gehen mal kurz hier in den Marketplace nochmal rein, weil es kamen letztens auch wieder neue Assets hier ins Game. Und ihr seht hier jetzt auch die ganzen Kameras. Die kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Die sind, denke ich, auch relativ neu. Wir schauen uns die mal ganz kurz an. Wenn wir mal eine... Okay, Moment. Okay, gerade funktioniert was nicht. Aber das kann auch an meinem Browser liegen, weil ich einfach nicht connected bin. Okay, aber das ist ja krass. Okay, so viele, so viele Sachen hier auf dem Marketplace. Und ich habe ja hier so ein Polka Motorbike, habe ich am Start. Aber wir gehen nochmal rüber und gehen auf Buy Assets, weil das hier ist der richtige Store. So, und da seht ihr hier zum Beispiel die Hive Car. Die ist komplett neu reingekommen. Die kann man hier dann auch customisen und kaufen. Und die ist, ja, die ist komplett neu. Auch als NFT. Die gibt auch passives Einkommen nebenher. Und das sind dann auch nachher wirklich in dieser Welt spielbare NFTs. Also es ist nicht nur ein Sammelobjekt, das passives Einkommen generiert. Ah, okay, die hat 0% APY. Also es ist nur ein spielbares Objekt. Alles klar. Habe ich gerade noch nicht richtig gelesen. Hier auch 0% APY. Und einfach, dass ihr mal seht. Hier zum Beispiel, das Ding kostet die Drohne 888 Polk und bringt 10 Polk pro Woche. 58% APY. Die Reward Weeks dauern bestimmt noch, ich weiß nicht, fast zwei Jahre waren das, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Und dann sind die Reward Weeks vorbei. Und dann gibt es keine Rewards mehr. Aber es gibt noch In-Game Rewards. Man kann In-Game dann auch noch natürlich den Polk-Token verdienen hier. Ich habe so ein Polkermoto-NFT geholt. Damals relativ günstig für 160 Euro. Ich glaube, beim heutigen Kurs, man bezahlt, ich weiß nicht wie viel, 1600 oder so für ein Motorbike. Muss man auch noch mal reinschauen. Das Neiße ist, ich mache wirklich 70 Polk pro Woche, 221 APY. Wir schauen mal kurz den Polk-Kurs. 70 pro Woche mache ich. Der ist natürlich gerade ziemlich eingebrochen. Ich sammle auch meine ganzen Polks, weil das Ding war im All-Time-High. Also ich habe schon mal hier in dem Bereich schon was verkauft damals. Und hierauf warte ich eigentlich wieder, dass irgendwann mal das All-Time-High vielleicht im Jahr 2022 geknackt wird. Und dann verkaufe ich meine. Ich habe bestimmt mittlerweile wieder 700 Polk. Und wir schauen mal, diese 70 Polks pro Woche sind gerade 30 Euro. Die laufen einfach so. Ich muss nichts machen. Ich muss mich nicht mal einloggen. Gar nichts. Einfach so. Passives Einkommen wird jede Woche gesammelt. Und diese 700, die ich jetzt habe, sind auch schon wieder 282 Euro über die letzten Wochen. Könnte ich mir jetzt sofort ausbezahlen lassen. Genau. Aber mache ich natürlich nicht. Genau. Okay. Also das war es zu Polka City. Weil ich warte hier noch, bis halt wieder was geht. Genau. Also Polka City abgehakt. Jetzt aber auch schon wieder. Vielen Dank.